Jo Freunde, was läuft, was geht? GambleJoy ist zurück. Eine neue Folge. Ich bin heute wieder im Amun-Ra-Casino. Wir gehen rein. Sword of the Grail. Ganz lang nicht mehr gezockt. Habe ich durch Zufall gesehen. Wir haben eine Bells von 10.000 Euro. Habe ich noch gar nicht erwähnt. 20 Euro-fach. Gehen wir mal rein. Gucken, was es bringt. Ob wir hier mal wieder in die Freispiele kommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Let's go! Sword of the Grail. Schneller Spielmodus lieber nicht. Nee, machen wir nicht. Oder? Ja, ich denke, wir starten jetzt erstmal mit Sword of the Grail ganz locker rein. Gucken, was es so gibt. Ob es hier was gibt. Und dann, wenn nichts kommt, werde ich nochmal einen Game Changer machen. Habe da schon was im Kopf. Ja, irgendwie ist mir das dann doch... Ich dachte, es ist cool zu zocken, aber ich weiß nicht. Das dauert alles so lang irgendwie, ne? Aber ich glaube, wir spielen jetzt mal schnell. Früher war das ein richtig nices Game. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das immer gesuchtet habe. Ihr wahrscheinlich auch. Hat man auch überall gesehen, eine Zeit lang, das Game. Von Play'n' Go. Das waren ja auch ganz coole Spiele. Na okay, aber irgendwie... Okay. Reiz so Semi. Was macht das? 200 Euro. Komm, einmal schnell Freispiele abholen und dann gehen wir ja auch wieder raus. Ja. Schade. Das hat halt Megapotenzial, aber da muss so übertrieben viel passieren, finde ich. Ja. 24. Gut schon. Ach. Knapp 1000 Euro bald weg in dem Game. Und dafür, finde ich, lohnt sich's dann doch nicht. So vom Feeling, oder? Schreibt mir gerne mal rein, ob ihr das abfeiert oder nicht. Ja, und... Ne. Ja, jetzt komm. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Ich höre jetzt, komm mal. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Oh, da haben ganz viele Schwerter. Jetzt überzeugt mich davon, dass es ein geiles Game ist. Schwerter, 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 Schwerter. Brauch mal drei Schwerter knallen. Ding, ding, ding. Schwert, 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 Schwert. Ah, zwei. Okay. Okay, jetzt Schwerter, Schwerter, Schwerter. Zwölf Euro bisher. Okay. Wir brauchen schon drei oder so mal. Ein 1 Spin jetzt, glaube ich. Das wird ja nicht nix. Ich glaube, jetzt brauchen wir drei, oder? Zwölf Euro. Geh rein. Oh, dieser Affe. Okay, noch einmal zwei Schwerter. Dann ist man in den Gang, ne? Und dann kann man es doch nicht sein lassen. Ah. Komm schon. Ah, nice. Ich wollte schon rausgehen. Jetzt zeig aber auch mal ein paar Schwerter. Mehr als zwölf Euro soll ja vorher drin sein, ne? Machen wir jetzt am Anfang drei. Direkt mal. Okay, nice. Noch eins. Und noch zwei. Immer hinten ist gut. Noch eins. Okay. So, 168 Euro bisher und jetzt Schwerter, 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 Schwerter. Eins. Wir sollen mal mehr, aber auf einmal machen. 284 mal 10 hätte ich gerne auf einmal gekriegt. Ich kann es trotzdem nicht sein lassen. Ich habe mich nicht mehr. Es geht auch los. Ich habe mich leider nicht überzeugt. Ja. Haben mich leider nicht überzeugt. aufgeben. Wir gehen in John Hunter, Mayan Goods. Wisst ihr ja, spiele ich auch gerne. Gehen wir jetzt mal wieder rein. Ich wollte dem Spiel eine Chance geben. Oh, ich war ja auf dem 60er unterwegs. 40 Eurofach. Ich probiere es auf 50 Euro. Let's go. Komm, geh rein, geh rein, geh rein. Das wäre heftig. Mach, mach, mach. Das wäre heftig. Okay, wir sind mit 10.000 Euro gestartet. Wir sind jetzt bei 8.200. Nochmal für mich auch. 2.000 Euro. Mieser. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Let's go. Oh mein Gott, was ist das für ein Bild. 7.250 Euro, Freunde. Habt ihr das schon mal gesehen? Ja, okay. Jetzt sind wir noch mal auf 15.000 Euro. Alter, einfach so. Als wenn es so nix wäre, haut er das raus. 7.000 Euro Bild. Alter, Fahrweiter. Jetzt ist halt die Frage, macht er jetzt noch was oder nicht? Ja, komm, geh rein, geh rein. Alter, was war das für ein Bild? Ja, ich hab das für ein Bild. Ich hab das für ein Bild. Ich hab das für ein Bild. Der hat die ganze Zeit nicht einfach so... einfach so booms. But... Sie mag taunt noch. Jetzt wär nix gewesen wäre. Ja, hier. Nimm. Freue ich ihn nicht. Dieses Game ist aber heftig, ne? Es ist halt die Frage, ob der jetzt noch mal reingeht, ne? Ich spiele auch wieder wie so ein Irre auf 50€, aber hat sich gelohnt wieder. Waren schon noch 15.000, jetzt? Ja, nein. Geh rein, come on, let's go jetzt. Na, das war's, das ist ein über kranker Bild, ne? Oder? Gut, 500 Euro, 500 Euro, gut. Ja, jetzt braucht er sich auf, komm. Ich möchte noch einmal die Freispiele haben. Ja, jetzt geh rein, geh rein. Auf dem dritten Wachse wäre gut gewesen, direkt. Jetzt komm, 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 geh rein, geh rein. Jetzt haben wir einen noch. Na, wieder zwei. Dieser Kampf. 150. Die Ringe, wieder 700 Euro, krass. Geh rein, come on. Ding. Da packt das auch noch so rum, ey. Nächstes Mal drücke ich den rein. Dann geht er rein. Nice. So, wie ich gesagt hab. Wir sind drin. Nice, 50 Eurofach. Let's go. Let's go. Wals. 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 Und jetzt drei Wals. Ja. Ja. Er verlängert einfach. Er hat sich einfach die Spins sparen können. Krass, noch nie gesehen. Aber nice, auch 50 Euro. Ja, aber jetzt dann auch Wals. Wals. Mach doch jetzt auch Wals mal. Erste Wals. Nach... Keine Ahnung, wie ich das spiele. Ich bin ja doppelt so vieler gewesen. Er kommen auch noch mal ein paar Wals raus. Kein Backbrenner, das ist für 25 Euro. Verlängerung aber. 25 Walsspieler, 50 Eurofach. 425. Der muss wieder reingehen eigentlich. Geh rein. Ehrlich. Geh rein. Ich muss noch nicht ernst machen. Ehrlich. Ich muss noch nicht ernst machen. Ehrlich. Let's go. Ja man. Come on. Wals. 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 Hallo. Hallo 100€, 50€ das waren die 30 Keller Boah ist das ein Affe Alter, der will mich doch verarschen Aber ich mein, geht der oft rein, ne? Aber gut, wenn der 100 Euro zahlt, bringt mir noch nichts Walz, 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 Walz Jetzt knall mal drei Dinger Komm man, das kannst du jetzt nicht wieder machen Der, jetzt muss der mal Walz knallen Hey, gib doch mal Walz Jetzt reicht es einfach In der Mitte, zack, zack Das ist auch ein Katastrophon Das ist auch ein Katastrophon Das ist auch ein Katastrophon Wie war ich? Du bist ein Katastrophon Wie war ich? Wie war ich? Geh rein einfach, komm, 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 65 Euro dran, let's go, geh rein. Oh, wow. Oh, wow. I don't know how nice. 60 Euro, nein geballert, boah ist das herrlich, jetzt komm mach was, Wiles, hau mal was raus, 1,5 sind das schon, nur durch so ein paar Minigewinne, 60 Euro fach, so und jetzt Wiles einfach, ja, es könnte jetzt vielleicht besser werden, 60 Euro fach, weiter, Hilfe ey, komm, nice, 8 Spins noch und wir sind schon relativ weit, das kann was werden jetzt, noch 2 Wiles, komm, 2 Wiles rein, 2 Stück, komm, okay, 1500 Euro, nice, komm, noch mal 2 Wiles raus, weit, 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 oh nice, 1920, nice, noch mal was, oh, also 6.930 Euro krank, dafür haben wir aber auch gezittert, bis hin hoch auf 17.000 Euro, aber so wie zerreffen sind ever, so wie zerreffen oso ever, und da vom Macht er noch mal Nachschlag, das ist jetzt hier die Frage. Was war denn das? 630, 9. Boah, das hätte auch geschmeckt, ey, mit dem Kopf. 180. Boah, jetzt reingehen, ey, dann komplett durchmarschieren bis zum Kopf. 60 Euro für Hardcore. Aber gut, die wird schon nicht schlecht, kann man nix sagen. Na, 210. 400 Euro. 400 Euro. Das war's. Tatsächlich in dem Game. Oh, doch nicht. Nice. Aber gut, grad von 80 Euro runter, ne? Aber ich will mich nicht bestellen. Waltz, Waltz, Waltz. Jetzt mach mal nicht so ne Krise wieder auf 50 Euro. Und dann macht er wieder. Er könnte auch in einem Dreh, drei in der Mitte und abfahren, ne? Könnte. Verlängerung. Ja, ich würde schon fühlen. Haha, wie krass. Ja gut, jetzt ist es aber wieder interessant. Wenn er jetzt Waltz macht. Ich muss halt nur welche raus holen. Komm schon. Ja. Schade, noch ein paar Messer hinten, ey. Okay, wir sind bei diesem Ring. Ja, noch ein paar Waltz wären schon gut. Jetzt so langsam. Ach komm schon, mach doch noch was. Ganz komisch heute. Ah, gut. Das waren einfach mehr als die Vollspieler. Irgendwie fesselt mich das Game immer. Ja, geh rein, geh rein, geh rein. 69 Euro. Das war's. Schade, Schokolade. Schade, Schokolade. Schade, Schokolade.